Sie war wirklich zu viele Widersprüche angeklagt. Was hatte denn der Brief heute noch zu bedeuten? Wird man den Rechner ausgraben? Weißt du, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass dieses lächerliche Schriftstück noch existiert. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie war gesund. Ich bin gesund. Aber was half ihr das? Wenn andere sie für wahnsinnig hielten? Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Wahnsinn. Ich bin ein Mann! Dann hat ihn ein anderer umgebracht. Die Französin hat es getan. Wir erklären, dass sie sich dann geliebt haben. Und der Helgen in Europa, weil sie besser gefühlt wurden. Er der Kranke. Er allein. Es war höchste Zeit, Vorkehrungen zu treffen. Oder glaubst du nicht im Ernst, dass ich deiner Forderung nachgegangen wäre? Warum sollte sie diesen Mord nicht eben so begangen haben? Mit den an Simon. Er der Kranke. Er allein. Daniel, du verstehst es doch. Ich möchte manche Dinge einfach hinter mir lassen. Und das ist nicht immer so einfach wie mit einem Stück Papier, verstehst du? Und der Kranke. Stöhne mich etwa? Eine ziemlich ungewöhnliche Stunde, nicht wahr? Ja, 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 ja.